Klack, klack, klack. Gute Bremsen, was soll das? Ich hab' aufhört. Ja, du musst auch siefer machen. Das ging jetzt aber flott mit der Sifa, oder? Hast du vergessen? Das war Absicht. Eigentlich sollte sie erst pfeifen und dann bremsen, oder? Hallo? Hast du doch selber gesagt, Baujahr 64. Ja, ja, einwillige Dame. Funktioniert auf andere Seite. Das war Absicht. So. Muss ja auch geprüft werden. Ja, voilà. So, halt mal deine Hand da drauf, drück mal den Knopf noch runter. So, drück mal deine Hand da drauf. So, genau. Wenn man den Leuchtbar da angeht. Gedrückt halt, ne? Ja, genau. Dann brauche ich das nämlich nicht mehr. Ist das der EZ, was du noch herfährst, oder? Nö, eine Schüssel. Echt? Einen Wagen. Wir holen jetzt nicht einen Wagen aus 100. Und dann... Holen wir jetzt einen Wagen? Finde ich aber gut, dass sie mich gefragt haben, ob es den 100 in den Wagen zwischenfragen können. Normalerweise fragen sie mich jetzt. Ja, mach du das mal lieber. Ja, das kann ich dann auch machen. Ja, das ist richtig. Das war's für heute. So, das wird es, das wird es. Okay.